Me Leute, Servus und Willkommen zu einem Ausnahmevideo. Ich will heute nochmal explizit über Rainer reden, weil die Bombe, die er da heute getroppt hat, zu wild. Die Politik muss was tun. Erstmal in einer Sache hat Rainer recht. Die Politik ist machtlos, wenn es um das Verhalten der Hater geht. Ich nehme auch an, dass die Politik da wahrscheinlich gerne mehr machen würde, es aber nicht geht. Aber was er nicht angesprochen hat, ist, die Politik ist auch in einem anderen Fall machtlos, in dem Szenario, dass ein Einzelner auf die Idee kommt, im Internet Hass zu sammeln, um daraus ein Geschäftsmodell zu machen. In dem Szenario ist die Politik leider auch machtlos schade. Jetzt stört uns Hater eins von beiden Szenarien und den Rainer stört auch nur eins von beiden Szenarien. Warum sollte die Politik also was machen? Und sollte die Politik was machen, sollte die sich jetzt denken, wir greifen ein, gehe ich mal schwer davon aus, dass die eher gegen Rainer eingreifen, weil das alleine mal nur von Stimmen mehr Sinn macht. Also, wir können gerne darüber diskutieren, wer jetzt hier in der Überzahl ist, der eine Rainer oder die 50.000 Hater, keine Ahnung, wie viele Haters es wirklich gibt. Würde es ja eher Sinn machen, gegen Rainer vorzugehen. Aus Sicht einer der Politik, ich rede jetzt hier nicht von Moral oder was auch immer, sich da Leute dann wieder ausdenken. Ich nehme mal an, mit genug Fantasie kriegt man hier wieder beide Seiten vertreten. Soll sich Jugend debattiert drum kümmern, dann wäre die Folge auch mal guckbar. Das wäre eine Scheiße, die ich mir angucken würde. Jugend debattiert, pro, contra, Rainer. Bam. Ich bin absolut dagegen, dass Hotels und sowas mit reingezogen werden. Mir geht da auch wirklich vieles mittlerweile zu weit. Die Hemmschwelle ist da relativ niedrig. Es ist es nur relativ schwer dafür, Einzelpersonen zu blamen, wenn es sich um so ein Massenphänomen handelt. So jetzt dem einen auf die Finger zu kloppen, der jetzt im Hotel angerufen hat. Das mag für viele befriedigend sein. Der hat dann sowas von hier, Punching-Ball auf dem, hier Bild auf dem Punching-Ball. Man hat den einen Feind jetzt gehabt. So weg ist er. Man nennt das aber auch ein Bauernopfer, weil sich nichts ändern wird. Wir können jetzt dem einen Typen auf die Finger klatschen, so, bam, richtig schön mit dem Stock, so, Junge, der kriegt direkt Bock auf Finger zu hauen. Also, wird das das System ändern oder das Problem? Glaube ich nicht, ne? Es gibt, hier laufen echt ein Haufen Symptome rum, ne? Und das sind, Hater sind Symptome, ne? Die Hater sind nicht selbstständig dazu geworden. Die haben sich nicht gedacht, oh, guck mal, ich hate jetzt diesen Rainer. Rainer hat provoziert. Rainer ist das Symptom, äh, die Ursache. Hater sind das Symptom. Es gibt, es hat seine Gründe, warum nicht ständig random Leute überall gehatet werden, ne? Jeder hat, also es gibt, zu einem gewissen Punkt gibt es, Hate hat jeder so, oder viele im Internet, kleine Hatergruppen, ne? So, die schreiben dann mal so, oh, sitzt du im Rollstuhl? Oder vielleicht auch mal irgendeinen anderen Schwachsinn, ne? Das haben sehr viele, ne? Aber man muss sich ja fragen, wieso ist diese eine Gruppe viel größer als alle anderen, ne? Und ich glaube, diese Kultur des Haydens in Deutschland gab es auch nicht wirklich vor Rainer. Ich weiß nicht, wie das international aussieht. Ich glaube, international gesehen, es gibt natürlich auch noch das Christian-Zeug, ne? Christian, nicht wie die Christen. Das Christian-Zeug, dann so Reddit, das hat sich allgemein entwickelt. Aber Rainer hat schon, muss man sagen, einen echten Dienst geleistet für deutsches Mobbing, ne? Rainer macht deutsches Mobbing wieder groß. Ayieb. Dass sich diese Gruppen, dass so Gruppen überhaupt entstehen, ne? Da hat Rainer wirklich viel für gemacht. Viele dieser Gruppierungen, die jetzt rumhelden, kennen sich alle über Rainer oder um Wege über Rainer. Ich glaube nicht, dass das so etabliert wäre, wenn es Rainer nie gegeben hätte, ne? Hätte, hätte. Bicycle Chain, wie der Engländer sagt. Dahin wäre es meiner Meinung nach natürlich das Beste, Rainer aus dem Verkehr zu ziehen, ne? So wie wenn man seinen Führerschein wegnimmt, aus dem Verkehr ziehen. Kit! Eine andere Sache, sind wir mal ehrlich, Leute. Der wird seinen Führerschein nie wieder sehen, ne? Der äußert ja jetzt die Pläne, ins Ausland zu ziehen. Ich nehme mal an, wir haben alle eine Inselgruppe in der, also eine Insel in der Vermutung, wo er wohl hin will. Madeira. Er hat es noch nicht ausgesprochen, aber in den letzten Jahren, der Typ ist ja komplett, äh, abhängig von diesem YouTuber-Lifestyle-Vorbild, ne? Alles, was er macht, macht er ja nicht selber, sondern das sind Nachahmungen in Zeitverzögerung zu dem aktuellen Standard, ne? Also wenn Unge 2018 auf Madeira gezogen ist, ich weiß nicht, ob das 2018 erst ist, ne? Korrigiert mich gerne, juckt aber auch nicht wirklich. Dann ist das ein logischer Schritt für Rainer 2020, ne? Wenn Alberto 2008 bis 2009 Albert und O als Serie macht, in dem er vier, drei verschiedene Charakter spielt, die er alle selber ist, mit leichten Stimmungswankungen, dann macht Rainer das vier Jahre später mit vier Drachen und dem Medal und sagt, er hat hier mal kurz was erfunden, ne? Hat er nicht. Und so weiter, und so weiter. Das kann Wikipedia-Kommentare vorlesen oder was auch immer, ne? Das sind ja alles keine eigenen Ideen. Rainer hat keine eigenen Ideen und so ist auch dieser Fluchtplan keine eigene Idee. Der Rainer wird sich nicht mit der Innenpolitik oder was auch immer verschiedener Länder auseinandersetzen und daran entscheiden, in welches Land er nun ziehen möchte. Komplett utopisches Szenario, Leute. Rainer beschäftigt sich mit mehreren Ländern. Bullshit. Es wird Madeira. Ich würde sonst noch Irland sagen, aber Rainer kennt Dekadent nicht, deswegen wird es wohl Madeira. Iblalie ist ja auch oft Madeira, also wird es ziemlich sicher Madeira. Es ist so 90%. Ne, halt. Es wird zu 1% Madeira, zu 99% ist es einfach dumm geschwätzt. Rainer liebt es, Pläne zu schmieden. Der ist ein bisschen wie der dumme kleine Sven mit vier Jahren. Ich hätte damals so gerne ein Restaurant gehabt. Oh, ich habe so gerne drüber nachgedacht, wie cool es wäre, ein Restaurant zu haben. Aber ich habe keine wirklichen Anstrengungen in die Richtung anternommen. Ich habe später nicht mal Koch gelernt. Ich habe einfach gerne drüber nachgedacht, wie cool das wäre. Oh, das wäre so cool. So wie Rainer, wenn er seine Kindergeburtstag geplant hat. Genau jetzt vor einem Jahr ungefähr. Jaja, doch, muss ungefähr vor einem Jahr jetzt her sein, dass er für Ende des letzten Jahres, für Ende 2021, hatte er ja seinen Geburtstag-Stream geplant, wo er dann Unge einlädt. Ne, Unge ein ganz klares vielleicht. Den Erik, Erik auch nur ein ganz klares vielleicht. Alle seine Freunde aus der Playzone, ja, euch würde ich sogar noch vor dem Erik nehmen, ja. Kronk, ich darf's doch Erik nennen, oder? Wir sind doch Kumpels, oder? Wir beide, oder? Du hast zwar noch nie auf mich geantwortet, aber ich denke, wir sind per Du. Derselbe Typ, der Leuten vor seinem Haus zuruft, äh, lehrt mal Respekt, ihr Huren-Söhne, nur die Geburt haben, ne. Der sagt dann zu Erik, das duzt den einfach. Erik ist älter als er, damit müsste er gesiezt werden und er ist in einer höheren Position, sagen, tun wir mal so, als wären sie wirklich Arbeitskollegen, tun wir mal so. Dann ist Erik in einer höheren Position, heißt, er muss gesiezt werden erstmal, bis Erik das Du anbietet, ne. Wenn man auf sowas Wert legt, wenn man es nicht tut, sind wir mal ehrlich, also ganz ehrlich, heutzutage kein Juckz mehr. Wenn Azubi kommt und fragt mich dann, oh, sind Sie der Herr Volker? Dann sage ich auch, Junge, halt mal deine Fresse, wir können uns auch duzen, alles gut schicken, ne. So, wird immer als erstes. Man macht es heute noch öfter mal, aber so richtig Wert legt keiner mehr drauf, glaube ich, ne. Aber man muss schon sagen, man freut sich, wenn der Gegenüber es im Prinzip in Erwägung zieht, weil man dann das Gefühl hat von guter Erziehung. Mein Gegenüber wurde gut erzogen. Echt ein Haufen gut erzogen. So, also, lange Rede, langer Döde. Rainer will nach Madeira nehmen, ist meine Theorie. Die aber wahrscheinlichere Theorie ist, dass er dumm schwätzt und es wird nie zu irgendwas kommen, ne. So wie sein großer Umzug geplant war, ne. Sein Umzug aus dem Haus war ja schon holprig Muttervater, ne. Er hat drei Monate lang eine neue Ausrede gehabt. Ich würde heute so gerne zwölf Stunden Super Special Stream mit Feuer spucken und Promibesuche machen, aber ich bin im Umzugstress. Ich würde meinen Mitgliedern, die teuer Geld ausgeben, wirklich so gerne so viel mehr bieten. Oh, ich habe so krasse Ideen. Oh, ach mal, der Umzugstress. Der Umzugstress, ah. Es ist sad, es ist echt sad, dass der Umzugstress da ist. So, und drei Monate lang hat er im Prinzip nur hier auf der Couch gesessen und behauptet, es ist gerade alles anstrengend, um dann nachher am letzten Termin holprig rauszugehen und die ganze Scheiße in den Lager zu werfen. Bis dahin hat er nicht wirklich viel versucht. Er war auf irgendwie einem Vorstellungsgespräch oder was, wo sich die Leute dann umentschieden haben, kein Wunderz. Vielleicht besitzen die ja doch dieses Internet und konnten dann googeln, was, was da, was sie sich da ins Haus holen. Ja. Ist auch so eine Sache. Die Politik soll was machen, weil der Rainer seinen Namen verbrannt hat. Also Rainer hat konsequent über, wie er sagt, er würde behaupten, es wären elf Jahre, es sind wahrscheinlich eher so zehn Jahre, hat er konsequent versucht, seinen Namen so gut es geht zu verbrennen. Und jetzt, wo er vor diesen, vor den Erfolgen seiner Unternehmungen steht, dass sein Name absolut Muttervater verbrannt ist, hat er doch keinen Bock mehr. Eigentlich, ne. Ich will eigentlich kein Star mehr sein. Ich will jetzt eigentlich, ne. Eigentlich wäre ich lieber wieder anonym. Ja, okay. Das wird wohl funktionieren, Rainer. Man kann, ich nehme zurück. Er sagt einfach dieser klassische Kindergarten-Move, du nennst jemanden Bastard und sagst dann, alles gut, ich nehme es zurück. Ha, ha, ha. Jetzt durfte ich es aussprechen, ho, aber es gilt es nicht, weil ich habe es ja zurückgenommen. Huhu. Das ist, das sind Mindgames, Alter. Das ist ganz großer Shit, Alter. So, was haben wir noch? Was war noch? Ja, also seine allgemeinen Anstrengungen natürlich, dass die Politik da was unternimmt. Die Politik kann nichts machen, wie gesagt, ne. Und wenn, warum sollte sie nur in Richtung Hater was machen? Warum sollte sie nicht Reiners Internet-Amok-Lauf unterbinden, bei dem er provoziert? Weil wir wissen auch alle, ganz genau. Wir wissen es doch, alle. Sagen wir jetzt mal, morgen gibt es SWAT-Action-Mutterfatter und alle, alle Hater, komplett unrealistisch, ne. Komplett unrealistisch, aber alle Hater werden einfach ausgemerzt, was weiß ich, ne. Die werden, die müssen jetzt aufhören. Die werden erpresst vom SEK selber, vom SWAT-Team, werden die erpresst, dass sie aufhören müssen, sonst werden alle Browser-Verläufe geleakt, so. Und die hören jetzt alle auf. Niemand beschäftigt mehr mit Rainer, ne. Wie soll's weitergehen? Wie sieht Rainers Endgame aus? Die Theorie dahinter. Wie er sie denkt, dass sie abläuft, ist ungefähr so, dann mach ich Let's Plays, dann spiel ich Price of the Wild viermal im Jahr und alle so, wow, spielst du da gerade Price of the Wild viermal im Jahr und ich so, yeah man, ich spiel Price of the Wild viermal im Jahr und dann gucken die alle zu und dann spenden die Geld, weil die das so krass finden. Ja, wird so nicht ablaufen. Wissen wir alle, wird so einfach nicht ablaufen. Würde der Hate von heute auf morgen verpuffen, hätte Rainer genau keine Einnahmequelle mehr. Zwei, drei Monate würden natürlich noch die Unterstützer weitermachen, weil es halt auch ein super unrealisches Szenario ist und die sich auch fragen würden, was geht in dieser Welt hier ab. aber spätestens nach zwei, drei Monaten würde die Unterstützung abebben und er würde auf so einem Hartz-IV-Niveau rumkriechen. Ich kann euch vertrauen, so aus meiner Erfahrung sagen, egal wie inaktiv du bist, es gibt immer noch gefühlt so vier, fünf Leute, die ihr Sub einfach vergessen haben, also ihr bezahlt Sub auf Twitch in dem Fall, die werdet ihr nicht los erstmal. Also, nur als Empfehlung für alle, sollte man ab und zu mal auf Twitch reingucken, wen man so gesuppt hat. Man könnte überrascht sein. Ich mache das auch regelmäßig, weil ich mir auch denke, so was, warum? Naja, Rainer müsste dann wieder auf Hartz-IV-Niveau leben und selbst wenn er es bis dahin geschafft hätte, nicht zu provozieren, wobei wir alle wissen, an dem Tag des Hater-Verschwinden gäbe es ein Video, unbesiegt, Leute, ich stay true, ich stay mad, irgendwelche Gangs, signs, forever more, ich bin der letzte Standing, ich stande hier als Letztes, ich bin der Highlander, ich habe es euch immer gesagt, ihr habt nicht die Stärke, bla bla bla, so wird es losgehen und selbst wenn in dem Tag alle Hater ausgenockt werden, werden die Ersten schon wieder geboren werden. Der Hate aus der Asche kommt dann einfach. Sagen wir aber mal, er hätte es geschafft, nicht zu provozieren, spätestens in dem Moment, wo seine Auszahlung dreistellig wird, da geht es wieder los, da kommen die Provokationen, spätestens da. Aber, ich habe was gelernt in letzter Zeit vom Rainer, es ist keine Provokation, wenn man sagt, dass es lediglich eine provokante Meinung ist, weil eine provokante Meinung, in dem Fall ist provokant ja ein Verben, ist keine Provokation, in dem Fall ist es, nee, halt, vorher war es ein Adjektiv, jetzt ist es ein Verben, aber beide haben anscheinend nichts miteinander zu tun. Wusste ich auch wieder nicht, ne, wusste ich nicht. Meiner Meinung nach, das ist nur meine Meinung, ist Rainer ein fetter Hurensohn. Fett ist wissenschaftlich belegbar, weil sein BMI fast den dreistelligen Bereich hittet und das Hurensohn stützt sich darauf, dass Rainer selber mal sagte, meine Mutter ist auch Schlampe, Schlampe ist ein anderes Wort für Hure, damit ist es quasi wissenschaftlich belegt, dass Rainer ein sogenannter fetter Hurensohn ist. Wenn ich ihn also so nenne, sollte ich ihn so nennen, ist es keine Provokation, es ist lediglich eine wissenschaftliche Ausführung meiner Meinung, die ich natürlich auch nicht so provokant formulieren könnte, indem ich sage, Rainer ist ein übergewichtlicher Unhold. Das, wer auch immer so reden mag, mag, das geht auch Gott Allah, komplett ins Mittelalter getriggert. Ich kann es natürlich auch provokant sagen, damit es klatscht, ne, so. Aber ist keine Provokation, ist noch meine Meinung. So, ne. Beste Ausrede ever, Alter. Einfach die Meinung mal vorwerfen und alles ist gut. Ist ja nur meine Meinung. Ja. So, dieser klassische, das machen, das erzählen einem dann auch so 16-jährige Zecken, die so sagen, wenn du einen Polizisten beleinigst, musst du vorher sagen, du bist meiner Meinung nach ein Arschloch, dann kann er nichts machen. Ja, okay. Selbst würde das stimmen. Sagen wir mal, es würde stimmen. Du kannst das Gesetz so outplayen. Dann wird der Polizist wahrscheinlich rufen, der kommt direkt auf mich zu und dir danach die Kniescheibe zertrümmern und dann auf Notwehr plädieren und sagen, haha, guck mal, ich habe hier auch eine Lücke, die ich ausnutzen kann. Wie so, solche Kindergarten-Mindtricks. Die, die liebe ich hier, ne. Das sind einfach, das ist Crowman-Shit, das macht richtig Bock. So, der, also der Umzug ist Bullshit. Der wird wahrscheinlich von Unge persönlich auch unterbunden, Alter. Der Unge wird mit veganen Bomben auf das scheiß Flugzeug schießen, auf das, ja mit Bomben auf das Flugzeug schießen, macht wieder keinen Sinn. Mit veganen Raketen auf das Flugzeug schießen, was Rainer an die Insel bringen wird. Oder der und Al-Blali machen hier, ähm, Essen retten, Leben retten, äh, Moves und Ketten sich vor dem Bus, der Rainer in die Stadt bringen soll. Würde ich fühlen. Würde ich richtig fühlen. Als wird nichts passieren. Das Ganze hier wird weiter, wird sich weiter, äh, hochschaukeln. Haters gonna hate, wie Taylor Swift immer sagt, ne. Und Rainer wird weiter, äh, provokaten. A provocator is gonna provocate. Das kommt, glaube ich, nicht in dem Song vor. Das habe ich jetzt einfach dazu gedichtet. Und das Rad wird sich weiter drehen. Und wir wissen alle, was ist realistischer? Einen zu stoppen? Oder halt ein Dutzend Leute zu stoppen, ne. Das, was ist realistischer? Rainer hat genauso das Recht darauf, weiter im Internet zu provozieren, wie Leute das Recht drauf haben, auf diese Provokation einzugehen. Und sind wir mal ehrlich, die Leute gehen gerne drauf ein, ne. Das ist so ein bisschen was wie, äh, Fußball und Hooligans. Manche Leute fühlen es einfach, zur Gewalt eingeladen zu werden. Es gibt doch so Leute in Kneipen, die einfach, die bei dem ersten Schubser oder was auch immer direkt mit Faust kommen und du weißt direkt, eigentlich hast du nur drauf gewartet. Du kannst, die werden natürlich behaupten, so ey, du hast meine Ehre verletzt oder was auch immer. Irgendwas hast du getan und deswegen ist das jetzt gerecht, dass er zuschlägt, aber alle wissen eigentlich ganz genau, der hat nur drauf gewartet. Der hat einfach nur drauf und so sind die Hater auch. Sind wir mal ehrlich, wir warten doch nur drauf. Wir sitzen hier und warten, dann es eskaliert. Am liebsten ist es, wenn die Eskalation nicht von uns ausgehen muss, kostenlose Arbeit quasi, wenn Rainer es eskalieren lässt. Aber, ah, das große Endgame. Da habe ich noch was Leute, was mir aufgefallen ist. Rainer hat letzte Woche gesagt, in welchem Motel er ist, sich dann nacheschauffiert, dass man rausgefunden hat, in welchem Motel er ist und so andere Sachen die ganze Zeit. Also ich hatte das Gefühl, in letzter Zeit Rainer provoziert, aber provoziert unterm Radar, ja, over the top, unterm Radar, wie es guter sagt. Und dann kommt dieses Politikvideo. Ich glaube, ich glaube, das ist jetzt eine Verschwörungstheorie vielleicht, objection hearsay, aber Rainer hat drauf hingearbeitet, auf dieses Politikvideo. Was dann wiederum ein bisschen weird war, ist, dass dieses Politikvideo, lass mich lügen, sechs Minuten ging oder was? 5,57. Wenn Rainer so richtig mit Aufbau und so dahinarbeitet, dieses Video zu troppen, Wieso ist es dann so kurz? Ich meine, ich hatte ja das Gefühl, ich meine, er kann ja keine, oh mein Gott, das wird gerade geleakt. Oh mein Gott, jetzt ist das neue Video da. Sorry, Leute. Aber, ich lege gerade in der Telegram-Gruppe, ich kann es mir jetzt nicht angucken, ich will hier keine Copyright-Strikes kristieren. Aber er hat wohl getroppt, dass es Madeira ist. Er hat getroppt wohl, oh mein Gott, es ist Madeira. Der Junge ist berechenbar, ich lese ihn wie ein offenes Buch. Mit Bildern drin, weil ich nicht so gut lesen kann. Also mit vielen Bildern. So und an, oh, so Comic, ich lese ihn wie ein Comic. Ich lese ihn wie so ein Manga eher. Den lasse ich mir von Genso vorlesen. Junge, es ist zu wild, Leute, es ist Madeira. Es ist fucking Madeira. Ei, ei, ei. Also, ist aber auch egal, weil es ändert nichts am Endgame, es wird nichts passieren. So, die andere Endgame-Sache, ich benutze das Wort heute sehr inflationär, es tut mir ein bisschen leid. Rainer hat, meiner Meinung nach, mein Gefühl nach, auf dieses Video wirklich hingearbeitet. Und wenn du dir, wenn du quasi versuchst, so, du versuchst Provokationen hervor, also du versuchst Reaktionen der Hater zu triggern, um dann halt dieses Politik-Video rauszuhauen, dann sollte das Politik-Video auch selber schon ein bisschen Konstanz und Länge haben. Länge, bin ich jetzt vielleicht mal ein bisschen greedy hier, Länge alleine wegen Werbeschaltung. Hätte reine Ahnung von dem, was er hier tut, wüsste er, dass so ein, ein wichtiges Video ein bisschen länger haben müsste. Genauso wie damals sein vielen Dank für 100.000 Abos Video. Das ging 10 Sekunden, 12 Sekunden. Danke für die Abos. Danke für die Abos. So ein Video kriegt immer verhältnismäßig viele Klicks. Wenn du ein 100.000 Abos Video machst und du machst 10 Minuten, erzählst du einfach, wie deine YouTube-Karriere so ablief, kriegst du verhältnismäßig viele Klicks für den Aufwand, den du da betreiben musst. Jeder wüsste, das ist eine, die Kuh kann man nur einmal melken. Warum, oder ist es dann eine Kuh schlachten? Das macht ja eher Sinn, weil Kühe kann man nur einmal schlachten, aber ganz oft melken. Eine Hobo. Die Kuh kannst du nur einmal schlachten, so. Dann hol doch schon das Maximum raus. Das ist mehr so Kuh geschlachtet, ein Schnitzel gebraten, Rest auf den Kadaverberg mit den anderen nicht geschlachteten Kühen. Zack, zack, zack. Die Frage ist natürlich jetzt immer noch, kann man seinen MPU im Ausland machen? Ich habe es jetzt nach neun Jahren Führerschein, also eigentlich nach acht Jahren, das war Ende letzten Jahres, Ende letzten Jahres habe ich geschafft, das erste Mal in meinem Leben einen Punkt in Flensburg zu kriegen. Ich habe leider einen sehr niedrigen IQ in MPU. Oh, der Reim. Junge, das wird der nächste HGXT-Song, ich höre es schon. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es mir aber schlecht vorstellen. Rainer lebt momentan in Deutschland und kriegt den Behördengang nicht bewältigt. Das wird safe, nicht einfacher, aus dem Ausland raus. Man muss natürlich sagen, der Move ins Ausland von Rainer ist eigentlich ein verhältnismäßig logischer Move mal für ihn, denn im Ausland, im nicht deutschsprachigen Raum gibt es logischerweise weniger Hater. Das ist logisch. Es gibt hier und da Hater, es gibt Hater in Amerika, es gibt Hater in Spanien und so weiter. Wird es überall so gestreut geben, irgendwelche Deutschen, die sich mit dem YouTube-Schwachsinn aus der Heimat beschäftigen, wird es überall geben. Argentinien könnte es auch ein, zwei mehr geben. Es macht aber verhältnismäßig Sinn, dass man ins Ausland flieht an seiner Stelle, wenn man ein Arbeitsverhältnis hat, das an kein Ort gebunden ist und man auch keine Familie hat, der man nachweinen könnte. Es ist mal, mal muss man sagen, ein relativ logischer Move. Dass es Madeira wird, ist halt wieder unregend, also es wird natürlich an der Umsetzung scheitern, brauchen wir nicht drüber reden, der wird das nie im Leben hinkriegen, nie im Leben. Selbst wenn der aus irgendwelchen Gründen die Auflagen erfüllt. Wie das mit der Bewährung ist, weiß ich auch nicht, aber ich glaube nicht, dass... Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass jemand, der Bewährung hat, in Deutschland bleiben muss, vor allem bei so einem Schwachsinn. Keine Ahnung, wenn du Mord aufbewährst, was wahrscheinlich einfach nicht geht, ne? Ne, das geht natürlich nicht, Ne, ich kann mir nicht vorstellen, dass so kleine Verbrechen, die ja mit Bewährung noch bestraft werden, dass die einen zwingen, im Land zu bleiben. Lass ich mich aber auch wieder sehr gerne in den Kommentaren berichtigen. Ich habe keinen Hornikuh in Jura. So schlecht, wie ich da drin bin, Flensburgpunkte zu sammeln, das genauso schlecht ist, mein Führungszeugnis ist einfach leer. Ich wollte auch eh nie Gerüstbauer werden, das sage ich euch, wie das ist, ne? Madeira macht, glaube ich, steuertechnisch sogar Sinn, das hat aber auch nicht Rainer selber rausgefunden, das fußt ja alles dann quasi auf der Vorarbeit von Unge. Ich hatte ja mal die Theorie, dass Rainer irgendwann Kronk absticht, ne? Dass Rainer in einem, in so einem Fan-Anfall einfach freitritt und dann Kronk rippt, weil Kronk seine Liebe nicht erwidert, ne? Ich glaube, dasselbe ist John Legend oder so, oder irgendwen passiert, dass ein Fan den getötet hat, ich weiß nicht mehr welcher Promi, aber es wäre halt lustig, wenn es halt, es wäre natürlich sehr harter Tobak, ne? Aber wenn, und wir wissen auch beide, alle, beide, so, wir hier beide, du guckst das ja alleine, Gude, wir wissen ja auch alle, Rainer ist nicht in der Lage, jemandem wirklich, ey, ich würde nur den Versuch alleine fühlen, ne? Wenn Rainer versucht, in einem Hassanfall auf Unges Grundstück einzudringen oder was auch immer, ne? Weil jetzt ist es ja offensichtlich Unge und nicht Kronki, ne? Also wenn, wird es, äh, Unge ausbaden müssen, ne? Oder auch die Vorstellung, dass Rainer einfach so zweimal am Tag an Unges Haus so vorbeigeht, unauffällig, in der Hoffnung, Unge kommt im selben Moment raus und beide geraten in ein Gespräch, wie das so passiert. Straight up Stalker Shit. Oh, das wäre ja, mh, es wird zu wild. Also leider, äh, jetzt mache ich den Rainer. Ich steigere mich gerade in die Vorstellung, wie das alles werden könnte, Rainer, aber, am Ende, wenn wir realistisch bleiben, Rainer wird in Deutschland obdachlos. Das ist alles. Er wird seine MPU niemals schaffen, er wird niemals, niemals, und dafür lege ich beide Beine ins Feuer und schieße den dicken Mischi bis zum Mond und zurück, wie die wilden Kerle sagen. Ja, so, so, so sehr bin ich überzeugt, Rainer wird seinen Führerschein nie wieder sehen. Der ist weg, Digga, der ist weg. Was hat Rainer in seinen, in den letzten Jahren überhaupt mal geschafft zu bewältigen? Welche Aufgabe hat Rainer mal bewältigt? Keine. Fucking keine. Jede Offen, jede Qualitätsoffensive wird abgebrochen, jeder Schwachsinn, jedes Game, was man nicht auf super leicht spielen kann, ist eh schon, äh, so gut wie im Mülleimer, ne. Das Ding ist durch, der Führerschein ist gone, ne. Ob er den Ranger nochmal los wird, kann man für ihn nur hoffen, wenn man halt ihm positiv gesonnen ist, dass er dafür nochmal ein bisschen was kriegt. Natürlich nicht mehr so viel, wie er gekauft hat, war halt so Minusgeschäft Mutterfatter, aber mit welchem Auto macht man auch Plus, wenn man nicht selber dran rumschraubt. Was natürlich auch noch funktionieren könnte, ist, dass, äh, Rainer nun endgültig das Schimären Auto in Angriff nimmt, jetzt ist er auch noch live, meine Güte. Was soll ich dazu sagen, Leute, jetzt ist er gerade auch noch live gegangen. Ich gucke es mir an, ich werde es jetzt aber nicht restreamen oder so, ne. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen, ich hoffe, es hat euch ein bisschen was, äh, ich wollte jetzt mal nicht nur auf Rainer rumhacken, es wurde zwar ein bisschen viel, aber, ah, eigentlich wollte ich schon nur auf Rainer rumhacken. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es war jetzt nicht zu einseitig und so, vielleicht habt ihr auch der eine oder andere neue Idee hier gehabt, ne. Schreibt mir irgendeine Scheiße in die Kommentare, ansonsten, Metal Off, weiß nicht, wann ich es freischalte, Gangzeichen, shit und so, heute Abend 19 Uhr bin ich bei Erzgaber, wir gucken uns wahrscheinlich Spongebob Verschwörungen an, wen es juckt, den juckt es, wen ich den nicht, ne. Ansonsten, oh, diesen Samstag fällt Stream aus, Leute, ich habe leider keine Zeit am Samstag, dafür wird es wohl Donnerstag einen Stream geben oder wenn Donnerstag ausfällt, das weiß ich noch nicht, an dem Tag muss ich arbeiten relativ lang, wenn Donnerstag ausfällt, dann wird es Freitag einen geben, aber das werde ich alles euch mitteilen, ne. Metal Off, schönen Dienstag.